Musik Ja, bei uns ist Conor De Filippi. Conor, nach dem Sieg beim letzten Foul-Enlauf, heute die Pole Position. Ich denke, ein guter Start in den Renntag. Ja, im Moment, heute läuft es gut. Ich habe nur eine Runde gefahren am Anfang, aber das Auto war sehr, sehr gut mit allen Reifen. Und dann am Ende, wir haben neue Reifen mit Chris gemacht und er hat eine super Runde gefahren. Und jetzt, wir sagen P1. So, wir müssen gucken, wie es geht, aber ich glaube, alles sieht gut aus. 7 Minuten 57, eine sehr, sehr schnelle Rundenzeit heute hier im Qualifying. Was erwartest du jetzt für das Rennen? Ich glaube, wir können im Moment unser Auto sehr gut. Und wir haben gestern ein sehr gutes Step gemacht gestern mit unserem Setup. Und ich glaube, über einen Stint sind wir viel stärker aus dem Foul-Enlauf 1 und 2. So, wir müssen keine Fehler machen und sehen, was passiert. Conor De Filippi, bis hierhin vielen Dank und alles Gute für das Rennen heute. Danke. Danke.